Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter und die Politik nimmt zunehmend die Impfmuffel ins Visier. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble fordert nun Einschränkungen ausschließlich für Menschen, die sich nicht gegen das Coronavirus impfen lassen wollen. Demnach sollten alle Regeln für Geimpfte aufgehoben werden, schlägt Schäuble in einem Interview vor. Als Vorbild nennt der CDU-Politiker Frankreich, wo nur Geimpfte und Getestete ins Restaurant und Kino gehen dürfen. Auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz will freiwillig Ungeimpfte stärker in die Pflicht nehmen. Diese sollten ihre Corona-Tests perspektivisch selbst bezahlen, sagte Scholz im Talk-Format Brigitte Live. Unterdessen sprechen sich immer mehr Politiker für eine Testpflicht für ungeimpfte Reiserückkehrer aus, darunter die meisten Ministerpräsidenten. Bislang müssen Reisende solche Tests nur vorlegen, wenn sie mit dem Flugzeug nach Deutschland zurückkehren wollen. Das SPD-geführte Bundesjustizministerium sieht allerdings noch Diskussionsbedarf.